Hallo und Willkommen zurück auf meinem Kanal. Freunde ich bin schon den ganzen Vormittag hier auf Quattro Colinas am Jagen. Es ist alles weg. Ich muss mir wieder meine Bedürfnisgebiete entdecken. Ich hatte heute Morgen schon einen neuen Legendär verschossen. Leider. Ich habe es auch aufgenommen. Aber leider ohne Mikro. Schade. Jetzt bin ich an diesem See neben dem berühmten Stiefel. Es ist 8.08 Uhr. Ich habe hier einen Siebner und einen 8-Mythischen gefunden. Ja. Ich muss aber alle anderen Zehen noch abkloppern. Das wird eine Weile dauern, Freunde. Na ja. Da ist der Siebner. Es ist jetzt auch hier anders. Hier sieht man Munition. Zählen. Hier sieht man, ob man etwas falsch gemacht hat. Also Gold. Was ist? 251 ist Diamant. Also wenn jetzt der 8-Mythische Diamant ist. Ja. Ich weiß nicht. Dann habe ich noch ein Problem. So ein Biber zerstört meine Zelte und Hochsitze hier in Quattro Colinas. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Und wir sehen uns. Euer Bezoka.